hehehe oh shit alle Pistolen sind nice oh, ich wurde gerade beschossen ich glaube vom Penny oh lol das ist ein neuer die sehen ja ganz anders aus merke ich, hey na, keiner hat das Focken oh ok, die haben jetzt Penetratoren die wollen uns ganz hart penetrieren boah, das kann ich versprechen alter von wo überall? badass tja in der Luft aufgefangen wie die Leute es von uns erwarten ok, hier scheint es weiter zu gehen sammeln wir noch ein bisschen Munition für die Penetrator ein wovon wir gerade erstmal 114 haben das ist nicht allzu viel ok crouch 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 jumps gibt es ja noch gar nicht ein bisschen penetrator moni eh nicht meh 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 ok wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen es ist immer gut zu wissen es ist immer gut zu wissen wenn man im Kreis gelaufen ist dann weiß man wann man einmal rum ist ok oh jetzt können wir jetzt ganz ok hier gibt es gleich irgendwo eine Lüftungsschacht wo sind wir denn jetzt? achso da oben müssen wir hin gucken wir uns mal gerade um da ist etwas aber wie kommen wir da hin? hä? ah vielleicht hier vielleicht ist das das Rätsels Lösung die Tatsache wahrscheinlich habt ihr das schon längst in den Kommentaren geschrieben gehabt dass ich mal die Augen aufmachen sollte aber so wie ich bin übersehe ich sowas mal leicht ok klar Pornomagazine war ja nicht anders zu erwarten so weg damit und bloß nicht runterfallen voilà der wurde hier aber auch wann wir das? oder hat er sich hart gewehrt? hart gewehrt hat er sich oh Fernzünderbomben cool P.E. als Fallen ok alles klar yes dauerhaft verstärkt hat sich gelohnt hat sich gelohnt dieser Ausflug auf jeden Fall denke ich mal so ok da waren wir grad noch ein Checkpoint ok hallo hallo ok Leichen das heißt hier war schau mal hier war jemand schon mal und das waren wir anscheinend schnauze ja kuschel mal mit deinen freunden alter wo da Headshot einschaut die haben irgendwie jetzt nur noch die Muni aber wir haben nicht mehr viel für die Pistole also wechseln wir mal wieder wir müssen ja unsere Munition haushalten ney nicht dein Ernst oder? oh und wieder irgendwo hin wo uns keiner oh alter blöder Schatten ok alter Kamera spack nicht rum ok runter mit uns oh neues Intervall äh Intervall 03 Eskalation Ex-sünd- om-nes französisch wahrscheinlich unsere Situation ist folgendermaßen Paxton Vettel und die Replikanten Streitkräfte setzten ihren geordneten Rückzug aus der South River Kläranlage fort oh sie rücken zurück nachdem der 4-Einsatz-Agent ein weiteres von Vettels Opfern ausfindig gemacht hatte neutralisierte er Nachhuteinheiten der Replikanten und setzte die Verfolgung der sich zurückziehenden feindlichen Streitkräfte fort unsere Mission die oberste Priorität ist immer noch Paxton Vettel zu eliminieren schafft es doch mal endlich ja ist ja gut ja doch ja 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 Okay, die ziehen sich also zurück und wir sind der Grund dafür anscheinend, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht scheint es nur so auszusehen, als wären wir der Grund dafür, aber in Wahrheit haben die was ganz anderes vor. Nehmen wir mal einfach mal noch einen. Falsche Taste mal wieder. Ja, vielleicht habe ich aber nur einen nervösen Zeigefinger. Alter, was? Kann man ja gar nicht lesen. Kein Freisignal, das heißt, wir können keinen anrufen. Wir können nicht den Fifty-Fifty-Joker einsetzen oder sonst irgendeinen schönen Kappes. Oh. Cool. Sähe man den von hier? Mehr ist hier, aber auch nicht. So. Die Lampe hat echt schon mal gute Zeiten gesehen, glaube ich. Denn die Batterie ist ja mal ziemlich im Arsch. Was tut der Sinn so Falle? Ist er bescheuert? Noch eine? Das ist wohl zu viel davon, Kollege. Okay. Müssen wir also aufpassen. Oh, billig versteckt. Noch mehr Reflexe? Ähm. Okay. Kommen wir da jetzt gleich hin, wo er die hingelegt hat? Wir wissen ja jetzt, was der gemacht hat. Oh, Penetrator-Money. Oh. Noch ein Checkpoint. Checkpoint wurde gespeichert. Hier ist gar nichts. Hi. Tatsache. Oh, Muni. Nice. Und eine Granate. Die benutzen wir ja häufig. Aber ob die mal treffen, ist eine andere Sache. Na, Feuerlöscher, falls er nicht anfängt zu brennen. Was wird denn, wenn wir da jetzt drauf schießen? Wenn wir da jetzt drauf schießen. Oh. Elektroschocks. Was ist heute noch? Okay, wir haben voll. Ich glaube, wir müssen den Strom abschalten. Ja. Toll. Und? Shit, ich habe Jakovski-Signal verloren. Vielleicht ist seine Ausrüstung geschädigt. Vielleicht. Feuerwehr und Rettungsstief sind da. Wenn das Feuer unter Kontrolle ist, durchsuchen wir die Trümmer. Das sollen die anderen erledigen. Ich brauche sie hier, um Ramekem zu stürmen, sobald die Anlage gesichert ist. Roger. Nein. Da wollen wir ganz sicher nicht runter. Hallo? Hallo? Zum Glück gibt es hier Licht. Viel Licht, das ist ganz gut. Oh, Ratten. Oh, hier. Hier, eine dicke, fette Ratte. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Oh! Was war... Was war das? So aus wie so ein Alien oder so. Ganz eklig. Aber wo ist das hin? So tief ist das hier doch gar nicht. Kommen wir jetzt gleich mit verrückten... Sachen zu tun? Aber bitte nicht, ey. Bloß nicht. Ja! So... Vielleicht fürs wenig Reden gerade, aber ich war irgendwie... geflasht. Keine Ahnung, warum. Aber da war irgendwie... Gerade der Wurf von mir mega scheiße. Und das hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Aber die benutzen jetzt alle irgendwie nur noch die Sturmgewehre und nicht mehr die Maschinenpistolen. Ist ja irgendwie blöd. Wo geht's hier lang? Sind wir jetzt auf der anderen Seite, oder wie? Tatsache. Cool. Ah. Ah, okay. Notstrom. Das heißt, wir können uns ein Ding in das necken und das necken und dann... den Hammer wegkicken. Ich hoffe, das war der Hammer. Ein Alienware Laptop. Hallo. Okay. Okay. Checkpoint. Alles klar. Alles klar. Kann man aufschlagen. Alles klar. Ich hab so das Gefühl, hier geht's weiter. Deswegen guck ich erst nochmal nach. Es geht hier runter. Äh. Äh. Das ist Penetrator, Muni. Okay, da scheint's reinzugehen. Gucken wir jetzt erstmal unten oben. Dann gucken wir erstmal hier lang. Okay. Okay. Scheint nichts Außergewöhnliches zu sein. Doch, hier ist ein Special Room. Oh, da hab ich gar nicht gesehen. Nee. ASP-Gewehr. Was ist denn das? Oh, geil. Oh, geil. Nebel lassen wir jetzt erstmal hierbei. Da haben wir noch schön Munition. Cool. Wieder ein paar Fernseh-Bombis. Ach so. Da hat er sich eingesch... Eingesperrt, der Lulatsch. Ne. Nachladen. Aufmachen. Jetzt geht's runter. Slow-mo. Oh, ich hab gar keine Granaten. Bam. Irgendwie voll zeitverzögert, das Schießen. Oh, Leute. Ja, Ball an. Jetzt will ich da rein. Hallo? Das Licht ist kaputt. Ruft mal den Elektriker. Die Granaten. Die Granaten sind ziemlich nützlich. Die geben ja... Alter. Die geben ja anscheinend Insta-Death für die Gegners. Oh, oh. Irgendwas geht hier mit mysteriösen Dingen vor. Irgendwie ist voll zeitverzögert manchmal. Der ganze Mist. Ach, wolltest du gerade werden anrufen? Na, es geht aber anders. Es geht so. So. Hier, bitteschön. First Aid Kit ist nicht von Belangen. Was ist das für eine Kampfmusik? Oh, da hinten steht einer. Jetzt legen wir uns mal hier kurz dran vorbei und gucken, was auf der anderen Seite auf uns wartet. Kommen wir jetzt in den Raum rein? Ne, wir kommen unten raus. Uh, okay. Hier ist nochmal die Waffe. Aber die wollen wir ja nicht benutzen erstmal. Gehen wir um oder gehen wir unten? Was sind denn Lappen? Oh. Ich will sie hingelegt haben. So, jetzt haben wir sie abgelenkt, indem wir nach unten gegangen sind. Jetzt machen wir eine ganz kluge Taktik und gehen nach oben. Weißt ja, die erwarten dann, dass wir unten sind und dann machen wir ganz sneaky mäßig diesen hier. Und treffen die nicht. So, Alter. Was steckst du ein? So, nice. Oh Gott, ich höre... Ich höre eine Heli. Was zum... Nee. Nee. Nee, ist nicht. Bam, Junge. Und das da. Und Pound. Ihr könnt das nicht überleben. Ähm... Oh. Äh... Der Typ spielt Unreal Development Kit. Gut zu wissen. Ich hätte aufgehen sollen. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. So, nice. Die Mucke kann aufhören. Wir sind schon längst fertig. Wir Badass-Typen. War aber ganz gut. Erst das Fass, das Explosionsfass anballern und dann noch eine Granate hinterher. Und dann reinsprayen. Heilen. Mit... Position? Nee, hast du nicht. So, ich würde aber sagen, bevor ich da weitergehe, mache ich eine kleine Aufnahmepause auf den Kartons hier. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ich werde jetzt versuchen, ähm, es synchron zu machen, weil ich glaube, in den letzten beiden Folgen, also in der Aufnahme davor war es ein bisschen asynchron, da habe ich ein bisschen immer zu früh gesprochen, als das etwas passiert. Mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Ne? Irgendwie vielleicht sowas wie Schuss, Schuss, ähm, oder Licht, 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 oder sowas, ne? Vielleicht hilft das ja. Ich werde mir einfach eine gute Technik ausdenken, damit das klappt. Und vielleicht könnt ihr auch mal in die Kommentare posten, ob ihr vielleicht einen Tipp kennt, wie man das am einfachsten macht. Also, dann, ähm, speichern wir mal gerade noch zusammen. So. Gespeicherte Spiele ist Splattermod Save Game. Das kann ich euch ja noch irgendwann erklären, wann das gemacht wird. Hier 2005. Ich spiele es, äh, fast 10 Jahre später. Na ja, gut. Es sind 9, nicht mal. Also, ich speichere und wir sehen uns gleich wieder. Ciao.